Hallo, ich bin der Peter. Ich bin 49 Jahre alt. Ich wohne in Engelschirchen mit meiner netten Frau. Ich wohne ganz in der Nähe von dem Prinzen. Ich bin der Prinz. Einfach vor anderthalb Jahren kam der Prinz zu mir und fragte mich danach und ich kann ihm einfach keinen Wunsch abschlagen. Des Weiteren bin ich im Männerwallet schon seit Jahren. Ich baue gerne Karnevozeiten mit meinen Kindern zusammen. Die müssen dieses Jahr alleine bauen. Ich wünsche mir eine sonnige Session in den Märnischen Schmauz hin, weil wir sind mittlerweile alle ziemlich freundlich geworden sind. Und jeder kann Jack sein. So, jetzt erzähle ich euch mal einen Witz. Mann und Frau beim Essen, sehe ich uns leider an, bekleckert sich. Guckt sich so an und sagt, oh Gott, jetzt sehe ich aus wie ein Schwein. Ja, sagt der Mann. Und beschlappert hat mich auch noch. Glockenkläte Witzel und Schwimmer, der Jung, der kann noch nie. Mädchen. Untertitelung des ZDF, 2020